Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video aus der Food Factory. Diesmal im Off, wie ihr hört. Wir haben hier richtig schönes Mürbur, sozusagen Suppengrün und dazu gesellt sich jetzt eine Flasche Rotwein. Ja, die war mal ganz voll, aber was soll's denn, wir machen heute was richtig geiles und dazu kommt jetzt unser Hauptbestandteil und zwar unser paar Rühren vom Wild, denn wir machen heute eine richtig 1A klassische Wildgrundsoße und dazu brauchen wir noch ein paar Bauchholterbeeren und Lorbeerblätter, jetzt sind beide da und natürlich auch für den Geschmack und für die Farbe ein bisschen Tomatenmark. Als nächstes fangen wir an, das ganze zu schnippeln und darauf zu achten, dass wir das in walnussgroße Stücke schneiden, wie wir in der Berufsschule gelernt haben und dass wir hartes und weiches Mürbur voneinander drinnen, das heißt weiches Mürbur ist hier jetzt die Zwiebel und natürlich der Lauch und natürlich festes Mürbur ist richtig, die Karotte und der Sellerie. Das ganze könnt ihr übrigens ergänzen mit jeglichen Art von Gemüse, was ihr daheim noch rumfliegen habt, das unbedingt weg muss. Wichtig ist natürlich, das vorher zu waschen, aber Schälen braucht ihr euch nicht unbedingt, denn wir wollen ja eigentlich nur den Geschmack herauspressen und mehr brauchen wir ja davon nicht, deswegen reicht es, wenn ihr das einfach ordentlich putzt. So, jetzt geben wir in einen schönen heißen Topf unsere paar Rühren, ich habe das übrigens noch übrig und ihr seht, das ist ein bisschen Fett und Sehnen aus meinem letzten Video mit Wild und zwar war das das schöne Rehfilet und da war das noch ein bisschen übrig. Dazu kommt dann unser festes Mürbur und das ganze erösten wir richtig, richtig kräftig an. Alternativ dürft ihr natürlich auch gerne Wildknochen nehmen, aber die finde ich immer sind recht schwer zu bekommen, wenn man nicht gerade selbst ein Schweinchen erlegt hat oder ein Hirsch. So, dazu kommt unser weiches Mürbur und das ganze Braten wir jetzt auch schon an und jetzt aufpassen, denn hier seht ihr jetzt noch eine Tomatenmark jetzt mit reingewandert und das kann extrem schnell verbrennen und macht das ganze ungenießbar, weil es bitter wird, deswegen nur leicht anrösten, wenn ihr euch unsicher seid, geht einfach einen Schluck Rotwein mit dazu, dann verteilt sich das Tomatenmark ein bisschen besser. So, kommen wir zum Dekrasieren, das heißt das Ablöschen mit Rotwein, dazu nehmen wir 150 ml Rotwein, aber nicht vergessen wir haben noch die ganze Flasche, denn ihr lasst diese 150 ml da einreduzieren und dann fangt ihr wieder von vorne an und das ganze so lang, bis eure Weinflasche sozusagen leer ist und euer Gemüse und euer Fleisch richtig schön glänzend ist und das ist ein unbeschreiblich geiler Geruch und Geschmack. Dann füllen wir das ganze mit ein, zwei Litern Wildfohr auf, den könnt ihr entweder kaufen oder natürlich auch selbst ziehen, wie ihr das gerne möchtet, ihr könnt alternativ aber auch Wasser oder Gemüsebrühe nehmen, weil das Wild sowieso vom Geschmack her extrem dominant ist und das ganze lassen wir so lang köcheln, bis ungefähr nur noch so ein Liter oder weniger übrig sind und dann tun wir das ganze abhassieren, das heißt wir lassen das durch ein schönes Sieb, um die letzten groben Stückchen rauszulassen. Ich tue das immer doppelt sieben, deswegen sind hier so wenig große Stückchen mit drinnen und jetzt schaut euch einfach das an, seht ihr diese geile Farbe, seht ihr diese Konsistenz, das ist einfach eine geile Grundsoße, aus der man ein schönes feines Sößchen ziehen kann. Ihr könnt das ganze einfach nur noch weiter einreduzieren, dann habt ihr schon eure fertige Soße, salzen tue ich das übrigens immer zum Schluss, ihr könnt das ganze dann einfrieren oder natürlich auch im Kühlschrank ein paar Tage aufbewahren. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Nachkochen, habt ihr Ehre, euer Hannes aus der Food Factory. Danke, vielen Dank! Vielen Dank.